Wir haben in den USA die systematischen Wahlbetrügereien und die Wahlmanipulationen immer mehr ins Tageslicht kommen, die eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten stattgefunden haben. Und vor allem auch bei den letzten Wahlen, ob jetzt zwischen George Bush und Al Gore, es ist vollkommen egal. Die Wahlmanipulation ist systematisch, systemisch dort und wenn das in irgendeinem anderen Drittweltland oder in irgendeinem anderen Land passiert wäre, dann hätte es einen hohen Aufschrei gegeben mit, ja, wir fordern jetzt die Wahlbeobachter ein. Also willkommen zu einer nächsten Total Bitcoin oder Total Connector Reflexionsrunde. Ich möchte heute ein bisschen über die Pläne, die Agenda des internationalen Währungsfonds und der Zentralbanken sprechen, aber auch, ja, die verschiedenen Zusammenspiele oder Zusammenhänge mit der US-Geldpolitik, der Fed, der US Federal Reserve, den Treasuries, den Zinsen, den Zinsspielchen. Also in diesem Sinne begrüße ich euch und heute ist Bitcoin natürlich auch immer wieder ein Thema. Hast du schon dein Bitcoin gekauft, Auto-Akkumuliert, Auto-DCA, wie man so schön sagt? Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen gleich ins Medias Race und zwar, ich werde mal den Bildschirm freigeben, da gibt es ein ganz gutes Twitter-Thread oder eine Art Twitter-Kommentar. Ich werde das versuchen irgendwie zusammenzufassen, weil das auf Englisch ist. Es geht darum, dass ein gewisser Hugh Hendry-Eklektiker, also er heißt Hendry Hugh oder Hendry Hall, hat einen ganz langen, also wirklich ganz unverständlichen, missverständlichen Twitter-Thread gelegen, also den auch die meisten Menschen nicht verstanden haben. Und das hat einer eben, der Edward Harrison, der auch mit Raoul Paul von Real Vision zusammenarbeitet, zusammengefasst oder interpretiert oder klargestellt auf gut Deutsch oder Englisch, in dem Fall im Englischen. Er hat gemeint, er würde sehr gerne, also eben auch die Meinung von Raoul Paul und Hendry Hall über dieses Thread, das geschrieben wurde, verstehen und ein bisschen mehr darüber erfahren. Und zwar spielt sich das Ganze so ab, dass die Federal Reserve, die Privateigentum ist und privat kontrolliert wird, darf man nicht vergessen dazu zu betonen, steht sozusagen im Zentrum dieser eventuellen Geldpolitik-Reaktionen. Also das ist jetzt das Kommentar, die Interpretation von einem Edward Harrison, der auch immer wieder bei Real Vision, also der bei Real Vision auch die Moderation manchmal übernimmt. Also hier ist eine Position. Die USA hat also, wie man weiß, die größten, also die dominante Reservewährung der Welt, die international dominante Reservewährung, vor allem im Wesentlichen auch deshalb aufgrund der Tiefe dieser Sicherheitshafens, der Treasury Markets. Also man kann das auch nennen, Anleihenmarkt, also gewissermaßen der US-Anleihenmarkt. Das gibt wiederum der USA die Möglichkeit, immer wieder ein exorbitantes Privileg, also man nennt das Rent-Seeking oder Seniorage-Kapital daraus herauszuholen. Ich glaube, der Markus Kahl würde das Seniorage-Kapital nennen. Also und zwar in einem negativen Zinsszenario. Das heißt, Menschen oder Investoren könnten zum Beispiel in Treasuries sein oder investiert sein in Treasuries, weil es eben, weil Liquidität immer König ist. Also Liquidität trumpft immer. So, und damit wäre es natürlich, könnte es auch möglich sein, dass die US-Investoren den US-Treasury-Markt einfach verlassen, wenn diese Raten, wenn diese Zinsen negativ werden würden. Die USA kann, muss aber nicht notwendigerweise dieses exorbitante Privileg ausbeuten oder ausnutzen. Wie? Indem man eben ein negatives Zins, eine Art negative Zinspolitik betreibt, um sozusagen effektiv die, indem man sozusagen der Treasury zahlt, um den Investoren die Liquidität wiederum zu geben. Das wird vielleicht, ja, das wird vielleicht einigen oder manchen vielen nicht gefallen. Also was macht man oder was könnte man machen? Man verkauft quasi diese US-Dollar-Assets, ja, also diese Treasuries, ja. Und wenn diese Investoren diese Treasuries verkauften, würde dann sozusagen der Dollar eher, also dann bearish sein, ja, also nach unten gehen, ja, also tief sinken, was eventuell, es ist eine Theorie, was eventuell die US-Politiker oder die, ja, die Geldpolitiker, also die Zentralbanken, vor allem die FED oder diverse Politiker in den USA auch genau das anpeilen oder genau das beabsichtigen und zwar insgeheim. Die Frage ist jetzt, wie negativ kann es natürlich sein, ja, wie viel negativ Zinsen kann man jetzt davon kommen, ja. Und das ist, glaube ich, die Frage, die zu, die vormals oder im Original-Kommentar von Henry Hall oder Henry Hugh gefragt, wer wurde, also am Ende des Tages würde dann diese negative Zinspolitik in den USA wirklich ernsthafte Exchange-Wechselkurs-Problematik hervorrufen, im Asset-Market, ja, also in Vermögensanlagen, in Inflation und in der, in den, sozusagen auch in Zusammen mit den Implikationen des ökonomischen Wachstums. Also das ist jetzt quasi das eine. Und das andere, was ich irgendwie kurz bemerken wollte, ist, dass da hat es eben ein Video gegeben, ein kurzes Kommentar von, oder ein Interview mit Simon Dixon. Er ist wirklich ein genialer, muss ich sagen, schon ein genialer Makro-Investor, ja, der auch natürlich auch tief drinnen, also eben Bitcoin ist, der versteht Bitcoin, der versteht die fundamentalen monetären Eigenschaften von Bitcoin, aber, was ich interessant gefunden habe, hat gemeint, wenn, also es könnte sein, es schaut so aus, als würde der internationale Währungsfonds und die Zentralbanken Folgendes beabsichtigen. Man hat ja bis jetzt, Schulden hast du nichts kreiert, ja, man hat Geld hast du nichts kreiert, Schulden hast du nichts kreiert, das ist ein, das ganze Geldsystem ist quasi ein schuldenbasierendes. Und diesmal meinte er, könnte es so ausschauen, dass man die einfach, die Banken, ja, wo man immer gesagt hat, too big to fail, also Bailout, man denke eben 2008, ja, wo man einfach die Banken einfach mit Multi-Billionen dann einfach gerettet hat, er meint, dass diesmal, dass man überhaupt die Banken dann einfach verpuffen lassen würde, also die Zentralbanken würden die Banken einfach verpuffen lassen, also implodieren lassen und sagen, okay, wir schaffen jetzt eine, wie du vielleicht schon gehört hast, diese Central Bank Digital Currencies, die auch die strafrechtlich verurteilte Madame Lagarde von der Europäischen Zentralbank auch irgendwie sehr stark jetzt befürwortet und sich stark macht dafür, für die Digital Euro, ne, das ist auch noch markenrechtlich geschützt wurde oder wird, also sozusagen der, dieser Push, ja, dieser Drang jetzt, diese Zentralbanken, also zentralisiert, ja, darum geht es, digital zentralisiertes Zentralbankengeld herauszugeben, jeder hat dann quasi, okay, kein Problem, ihr ladet euch dieses App runter von der Zentralbank, bleiben wir mal jetzt bei der Europäischen Zentralbank, gibt es eine eigene Bank, gibt es eine eigene Europäische Zentralbank in der EU, man, man macht das quasi schmackhaft, ja, man sagt, okay, du kannst jetzt eine App einfach downloaden und man, wie man so sonst immer wahrscheinlich macht, man hackt, man tut dann alles abhacken und, und allen Bedingungen und Allgenbedingungen und speziellen Bedingungen zustimmen, wie auch immer, am Ende des Tages schaut es uns so aus, dass nicht nur jede Transaktion zurückerfolgbar ist, bis ans Ende aller Lebenszeiten, wann, wer, wo, was, wie gekauft hat, sondern es wird dann auch noch diese Central Bank Digital Currency, also diese Zentralbanken-App, ja, mit deinem Reisepass, mit deinen Impf-Informationen, nämlich, bist du jetzt geimpft, wurdest du jetzt auch geimpft, dass man die auch, wo man das sozusagen gesagt hat jetzt, oder gesagt haben werde, also das ist quasi eine Zwangsimpfung, nicht, Pfizer kommt jetzt raus, Bill Gates und so weiter, ja, also all diese Eugenika kommen jetzt raus und, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was in diesen Impfstoffen drinnen ist, ja, Blei, Aluminium, Quecksilber, radioaktive Isotope, ist das irgendwie so ein Nano, unter anderem vielleicht ein, also ein trackbares Nanopartikel-Technologie, wo man alles dann zurück, also tracken kann, wo man vielleicht sogar, weiß nicht, die Biologie einfach, bestimmte biologische Eigenschaften dann einfach abschalten oder einschalten kann, unfruchtbar machen kann, neurologische Krankheit hervorruft kann, wir wissen gar nichts, ja, und jetzt abgesehen von den ganzen normalen Impfstoffen, ja, wo man weiß, wo man einfach nicht weiß, warum es so konzentriert war, aber wie gesagt, das habe ich eh schon letztes Mal, ja, bis zur Erschöpfung immer wieder erhört hat, also es ist jetzt an der Zeit, dass wir Eigenverantwortung und Souveränität für uns übernehmen im Denken, im Handeln, in unserer humanen Aktion und es gibt nur zwei Wege, entweder wir gehen, wie gesagt, entweder wir gehen volle faschistoide, zentralisierte, sozialistische, also oder kommunistische, salistische, nationalsozialistische oder ähnliche Wege, ja, wo dann alles dann überwacht wird, alles zentralisiert ist, man kann auch nicht mehr, also auf jeden Fall schon noch gar nicht mehr ausreisen, wenn man eine bestimmte Impfung nicht hat, oder wir gehen den dezentralisierten, den ethischen Weg, den freien Weg, ja, wo die Letztentscheidungsmacht bei der individuellen Menschen liegt, bei der Selbstsouveränität und wo wir das härteste und knappeste Geld haben, Bitcoin und das ist dieses Opt-out von Bitcoin und je schneller das passiert, je schneller diese kritische Masse aufgebaut wird, sei es jetzt 100 Milliarden Menschen, eine halbe Milliarde Menschen, eine Milliarde Menschen, ich weiß jetzt nicht, was die kritische Masse ist, aber wenn wir jetzt sehen einfach, wie viele Menschen jetzt plötzlich aufwachen und plötzlich Panikattacken haben, oh, der Preis geht schon wieder hoch, ich muss jetzt einkaufen, also wenn mal die Menschen verstehen würden, die monetären, fundamentalen Eigenschaften, ja, dieses, die Dezentralisierung, die Teilbarkeit, die Immutabilität, die Dezentralisierung, die absolute Knappheit von, ja, die Wiedererkennbarkeit, die Teilbarkeit, die Fungibilität, also alle fundamentalen Eigenschaften, die Gold niemals bieten könnte, weil Gold, wie gesagt, eine relative Knappheit hat und außerdem bis jetzt, bis dato, ja, offiziell zumindest 2% Inflation hat, wir wissen ja nicht, wo noch in, wo noch weiters, abgesehen von Sibirien, die größten Goldreserven der Welt, wo noch weiterhin Gold geschürft werden oder gemeint werden kann, mit noch mehr, ja, 0 auf 1, innovativen, technologischen Innovationen und so weiter, Bohr-Technologien oder Mond, Mars, Asteroide, am Meeresgrund, das wissen wir alles nicht, aber es geht darum, es geht weitaus mehr als nur irgendwie reich zu werden, Vermögen aufzubauen, es geht hier um unsere Freiheit, es geht um unsere Existenz, es geht um das Leben, um das Fortkommen, die Prosperität, um das, um, ja, um unsere emotionale Balance, es geht um unsere Freiheit, ja, unsere Freiheit im ganzheitlich holistischen Sinn, für uns, ja, im egozentrischen Sinn gesprochen, für mich selbst, für alle und für unsere Kindes- und Kindeskinder, für unsere Enkelkinder, ja, also, das ist bedingungslose Liebe, ja, also, versuchen wir das Ganze bitte einmal individuell und wirklich zusammen in der Kooperation, in der Kommunikation, warum mache ich da zwei Jahre nur Bitcoin, ja, also, weil es nur Bitcoin gibt, ja, die Podcasts, die Interviews, die Materialien, die Education, die verschiedenen Materialien zur Verfügung stellen und das Ganze wirklich in meiner freien Zeit und, wie gesagt, ich suche einen Sponsor, also, falls du mich sponsern möchtest, bitte kontaktiere mich, hello at totalconnect.com oder unterstütze mich mit Fiat, Bitcoin, Satoshis, sodass ich meine Arbeit wirklich weiterhin unabhängig und tiefer und tiefer und intensiver machen kann. In Kooperation mit allen möglichen Bitcoiners und freiheitsstrebenden Menschen auf der ganzen Welt. Also, wir wissen nicht, in allen möglichen Richtungen geht, wir wissen nur, dass dieses alles ins Tageslicht kommt, die ganze Scheiße, ja, die ganzen systematischen Wahlmanipulationen und übrigens, ja, Donald Trump hat da recht, also, er hat, er hat das gewusst, dass das passieren wird, deshalb hat er über diverse Institutionen auch, die Paragonal Security und so weiter, radioaktive Isotope, also die Stimmzettel quasi, also die Ballots, also mit radioaktiv markierten Isotopen verschickt oder Wassermarkierungen, damit man das Ganze dann zurückgefolgen kann. Dann weiß man nämlich, welche Stimmzettel sozusagen von, welche sozusagen hereingeschlichen wurden oder rein hinein manipuliert wurden oder die, die wirklich offiziell von den verschiedenen Behörden oder Agenturen oder Agencies zur Verfügung gestellt wurden. Also, wir werden es sehen. Es wird noch viele Überraschungen geben. Es wird sicher ausgefochten werden im Gericht. Deshalb hat er auch, weiß nicht, 100, 200 Richter während seiner Amtszeit auch ernannt, die das Ganze auch wirklich objektiv und, wie gesagt, ich bin kein, ja, ich bin kein Befürworter von Politik oder von Präsidenten, darum geht es nicht, ja. Es geht darum, dass jetzt die Wahrheit ins Tagliste kommt, ja. Und man kann jetzt von Donald Trump halten, was man möchte, ja, mit dem ganzen, was auch immer, ob er jetzt Narzisst ist oder nicht, egomanisch oder wie auch immer, aber er hat irgendwie doch irgendwelche Prinzipien oder eigentümliche Verhaltensweisen, die das Ganze irgendwie, diese ganzen Prozesse jetzt beschleunigen, nämlich die Wahrheit ins Tagliste zu bringen, ja. Diese ganze Deep State, der militärische, industrielle und Corporate Komplex, diese ganze Kriminalität jenseits unseres Vorstellungsvermögens, das kommt jetzt alles ans Tageslicht. Und es da, dort beginnt, dort beginnt, es beginnt deshalb, deshalb Bitcoin, ja, weil es sozusagen das Ganze den Teppich unter den Füßen der Leute weg, diese Machtstrukturen wegnehmen. Und dann können wir endlich, ja, diese unglaubliche ganzheitliche Evolution erleben auf allen möglichen Gebieten, ja, sozial sogar, ja, strukturell, ökonomisch, wirtschaftlich, finanziell, wissenschaftlich, technologisch, spirituell und vor allem strukturell. Und es geht um unsere Prosperität und den Überfluss, den wir dann letztlich auch leben dürfen, ja. Weniger arbeiten, die Technologie dient uns, ja, bedient uns, ob das jetzt Robotics, Informationstechnologien, Machine Learning, neue Transporttechnologien, Volocopter, Energiekonventionstechnologien, Umwelttechnologien, Umweltreinigungstechnologien, Energiekonventionstechnologien, also alles, was man sich noch vorstellen kann. Aber ich weiß, es ist schwer vorzustellbar, wir hätten diese Zivilisation schon längst haben können vor 100 Jahren. Also beginnt bitte, Bitcoin zu kaufen, gebt dieses Video weiter oder alle möglichen Interviews, die ich mit allen möglichen Kapazunnen, Koryphäen, Experten, Experten gemacht habe, bitte abonniert meinen YouTube-Kanal, Kevan Davani, der Total Connector, Total Bitcoin oder auch auf meinen Podcast-Plattform anchor.fm slash schräg schräg Kevan Davani oder Kevan Davani.com oder TheTotalConnector.com. Schreib mir eine E-Mail, falls du mich und uns unterstützen möchtest, mit unserem Filmprojekt zum Beispiel, ein Bitcoin-Film, Dokumentarfilm für die ganze Menschheit, sodass man es wirklich versteht, warum Bitcoin, also Humanität, ja, also Menschlichkeit verwurzelt in Bitcoin, ist der Arbeitstitel. Meine E-Mail hat das, hello at TheTotalConnector.com, aber es geht nur durch wirklich durch Nachdenken, durch ganzheitliche Verstehen und menschliche Aktion. Ja, wir müssen in Action gehen jetzt. Ja, und es wird jetzt Zeit. Tun wir es, wenn wir es, wenn es, tu es, falls du Kinder haben solltest, bitte tu es für deine Kinder und für deine Enkelkinder. Denn die Zukunft, die uns erwartet, die wird, die kann nur schizophren sein. Also die kann nur, die kann nur in die eine oder andere Richtung gehen. Wir haben nicht ganz große Optionen. Wir müssen jetzt handeln. Ja, und ja, da geht es nicht um irgendwie Verschwörungstheorien. Man braucht sich nur das anzuschauen, was die Mainstream-Medien aufführen. Ja, die Lügen, die uns da auftischen. Ja, die Manipulation, die Fabrikation von Lügen. Ich habe mich 15 Jahre lang mit internen Dokumenten, Zigarettenkonzerne beschäftigt, recherchiert, publiziert und so weiter. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich weiß, wie tief die Kriminalität geht, der Wissenschaftsbetrug, die Korruption, die Produktmanipulation, die Lügen, der systematische Diebstahl durch Regierungen, durch Entscheidungsträger, durch Politiker, vor allem durch die Zentralbanken, die überhaupt über das Gesetz stehen. Also, in diesem Sinn, mein Name ist Kylan Davani. Ich bin der Total Connector und der Host des der Total Bitcoin Show. In diesem Sinn, alles Liebe und bis bald. Tschüss. Vielen Dank.